FranziSco Er hatte einen Bruder, der Blattlaus hieß. Nun ist er schon groß geworden, der kleine FranziSco. Er liebte den Film Oben. Und Nyle lebt Cyrus! Baby Cyrus, oh yeah! Seine Frau, Mrs. Puff, lernte er im Internat wieder kennen. Sein erster Sohn, Romeo, war ein gefressliches Krokodil. Sein zweites Kind, Rosalinde, war ein Marienkäfer. Er wurde im zweiten Monat von einem riesigen Marienkäfer getötet. Mrs. Puff gebar noch 20 andere Marienkäfer. Sein 23. Kind war ein Mensch und sehr dick. Einfach typisch Manfred! Wie ein Elefant. Er war so dick wie Irmgard, seine Urohr. Irmgardsmann Peter, der Schwarze, hatte Fettprobleme. Die Familie starb, als Martin der Weiße sie entführte. Nun waren alle tot. Hier noch ein paar Pären. Schmetterlinge! Und uns Seevideos! von Katja, Laura, Pins! Ja! Ja!